Schon eine 3-Zimmer-Budung mit Wannenbad und Fenster. Schon wieder Dielen im Garderobenbereich. Gehen wir erstmal zu dem Garderobenbereich noch. Der führt nämlich zum kleinen Schlafzimmer oder zu einem Schlafzimmer ostseitig mit Laminatfußboden. Ein schönes kleines Schlafzimmer ostseitig. Laminatfußboden, wie gesagt, Zimmer ostseitig, sehr, sehr hell. Jetzt haben wir hier einen Blick fensterseitig. Tolles Schlafzimmer ostseitig. Dann geht es zurück zum Dielen- und Garderobenbereich. Hier haben wir neue Eheanlage. Dann haben wir hier rechts die Wohnküche. Mit Fliesenspiegel und Geflies natürlich. Blickfensterseitig zum Fliesenspiegel und zur Wohnküche. thema. Ja. In League readamy. Dann geht es zurück zum Dielen- und Garderobenbereich. Jetzt kommen wir hier ins große Wohnzimmer. Super hell. Jetzt kommt die Sonne bis noch aus. Schönen Blickfensterseitig. Da kommt die Sonne gerade raus. Super schön. Jetzt kommen wir hier ins kleinere Schlafzimmer. Natürlich westseitig, wenn das andere zum ostseitig ist. Schönen Blickfensterseitig. Jetzt geht es zurück ins große Wohnzimmer. Jetzt sieht man, wie schön die Sonne reinkommen. Wunderbar. Ein bisschen Glück gehört ja auch dazu. Jetzt geht sie schon wieder weg. Dann geht es zurück zum Dielen- und Garderobenbereich. Jetzt fehlt das Wichtigste noch. Das Wannenbad mit Vorhänge-WC und großen Fenster. Jetzt ist es auf dem Dielen- und Garderobenbereich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann schließen wir heute das Video in der 3-Zimmer-Wohnung mit Wannbad in den superhellen großen Wohnzimmer. Danke fürs Zuschauen, euch einen schönen Tag, schönen Nachmittag, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Danke.